Siehst du das Licht ganz da hinten am Waldrand? Ja, das sehe ich. Dort gehst du hin. In diesem Haus wohnen gute Menschen. Ich glaube bestimmt, dass sie dich aufnehmen und lieb zu dir sind. 1963 finden vier schwarzafrikanische Gäste Aufnahme in Nürtingen. Dort werden sie an der Deutschen Landmaschinenschule ausgebildet und lernen Ackerbau mitten im Winter, kurz vor Weihnachten. Vier Neger aus dem frischgebackenen Stadt Dahome an der afrikanischen Sklavenküste sollen hier in einem Schnellkurs mit Traktoren und Landmaschinen umgehen lernen. Und so geht es mit der zähen Strebsamkeit und dem jungen Nationalbewusstsein des afrikanischen Negers durch die verschneite Landschaft aus Feld hinaus, wo man um diese Jahreszeit ebenso einsam ist wie in den Urwäldern. Sägemehl in den Schnee zu drillen, ergibt zwar kein ganz realistisches, aber doch immerhin überhaupt ein Bild von der Arbeitsweise der Maschine. Man lernt erst einmal geradeaus fahren und auf den Transport des Saatgutes zu achten. Das Fernsehen prägt das Bild, das wir uns von Schwarzafrika in den 60er Jahren machen. Alle Jahre wieder vor Weihnachten, Hungersnot und Elend und der Aufruf zu spenden. In diesem Jahr wurde ausländischen Studenten ein Weihnachtsaufenthalt bei deutschen Familien nur noch auf persönliche Bitte vermittelt. In der Regel verzichteten die in Freiburg, Mainz und Tübingen studierenden Ausländer auf Einladungen zu Weihnachtsfeiern. In fremder Umgebung bleiben viele der farbigen Studenten Einzelgänger, besonders die Afrikaner. Wenige finden Kontakt zu den Deutschen, manche legen darauf auch gar keinen Wert. Sie schreiben oft nach Hause. Am Hochschulort schließen sich die Angehörigen der afrikanischen Staaten häufig zu Gruppen zusammen, die in der Regel unter sich bleiben. Vor Weihnachten schickt fast jeder ein Päckchen an seine Familie, denn auch im afrikanischen Ghana sind Weihnachtsgeschenke Sitte. Auch sein Päckchen wird damals über Stuttgart nach Ghana versandt. Die schwäbische Metropole hat den stärksten Paketumschlag im gesamten Bundesgebiet. Die Deutsche Bundespost versorgt vom Stuttgarter Hauptbahnhof aus 30.000 Orte mit Weihnachtspaketen. Und vom Stuttgarter Hauptbahnhof aus machen sich die Angehörigen. Am 16. Dezember 1959 3000 italienische Gastarbeiter auf die Reise zurück in ihre Heimat. Drei Sonderzüge warten auf Luigi, Piero, Mario und all ihre Landsleute. Und mittendrin ist Pater Guido Severi. Und es gibt viele Leute, die viel verdienen und zufrieden damit sind in Deutschland. Und jetzt hören sie, sie singen, nicht wahr, weil sie viel Geld in Taschen haben. Sie können nach Hause viel Freude bringen, besonders jetzt zum Weihnachtsfest. Und sie werden wahrscheinlich wiederkommen. Ja, freilich. Fast alle. Nächstes Jahr kommen sie mit mindestens 40.000 in Baden-Württemberg. Wie lange sind Sie in Deutschland gewesen? Akshemonas. Und Sie haben hier gearbeitet als was? In Fabriken Mahler. Wo? Cannistat. In Cannistat. Und haben Sie gut verdient in Deutschland? Ja, ganz besser. Wo sind Sie zu Hause in Italien? In Sizilien. In Sizilien? Ja. Werden Sie wiederkommen nach Deutschland? Auf Innova. Und? Es hat Ihnen gefallen? Nochmal in die Fabriken mitarbeiten. Kolben machen. Danke schön. Es hat eine schöne Arbeit. Danke. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Vielen Dank.